BDX or Nothing Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge BDX or Nothing Und wir sind heute am Frankfurter Flughafen Aber nicht als Passagier Sondern wir haben heute ganz besondere Befugnisse Wir sind, ihr seht, wir sind hier schon vor einer Lufthansa Technikhalle Und wir dürfen überall hin, wo man sonst nicht hin darf Zur Befeuerung, in die Gepäckabfertigung Und dürfen uns alles mal anschauen Und zusätzlich haben wir zwei super krasse Models dabei Die werdet ihr dann gleich sicherlich mal sehen Wer das ist, verrat es noch nicht Es ist nämlich schon ordentlich laut Und als erstes müssen wir jetzt mal hier rein In das Follow-me-Fahrzeug Denn der wird uns die ganze Zeit eskortieren Unser Fahrer heißt Josef, ein guter Typ Und wir fahren mal weiter Und das ist eben nochmal zusammen Wir kommen noch mal zusammen Und dann rein Und dann sehen wir es Wir sind da und jetzt sind auch die beiden Mädels und Models da und ich bin super happy, wir haben sie ja beide jetzt heute hier. Die liebe Anna und die liebe Betty und wir werden einen wundervollen Tag haben. Das glaube ich auch. Das wird cool. Dort oben 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 unten oben 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 Bis zum nächsten Mal. So, Dobi, jetzt geht es um den Untergeschoss, wo ist der Arbeitsschuss, als erstes der Held und jetzt immer an die Förderanlage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So krass, wir sind hier jetzt auf der Landebahn. Zwei, fünf Center, guck mal, das ist so irre. Also hier über uns landen direkt die Flugzeuge und ist immer atemberaubend. Shoutout Frankfurt Airport, shoutout an den ganzen Marketing Gang, dass wir das hier machen können. Danke. So, so schnell geht der Tag rum, wir haben hier ein paar geile Polaroids gemacht. Oh, siehst du, das wolltest du mir klauen, das ist mein Polaroid. Fuck, scheiße. Guck mal hier, zeig mal in die Kamera. Sie haben echt viel gemacht. Was fandst du am geilsten? Eigentlich alle, aber was ich am interessantesten fand, war tatsächlich wie die Koffer da alle so verrückt Achterbahn fahren. Das wusste ich nicht. Ja, dann hättest du ja deinen Koffer gleich mit reinpacken können, oder? Ja, eigentlich schon. Aber der wäre wahrscheinlich in Sydney oder so rausgekommen. Ja, okay. Na gut. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ich weiß nicht Bescheid. Also, ich habe das geklärt schon, dass es im Sommer ist. Aber dann fliegst du selbst her, oder? Ja. Du darfst schon, oder? Na klar. Geil, okay. Und dann machen wir auch Fotos im Flugzeug. Auf jeden Fall. Sehr geil. Super, Leute, also dann bis demnächst. Ghetto Faust. Ghetto Faust. Ciao. .